Diese geräumige Villa in Putlitz, erbaut 1904 und 2007 kernsaniert, bietet auf 534 Quadratmetern viel Platz zur Verwirklichung ihrer Ideen. Der Empfang besticht durch hochwertige Glaselemente und edle Marmorböden. Von hier geht es in die weiteren Räumlichkeiten. Direkt angeschlossen ist ein großer Raum mit moderner IT-Technik und eleganten Rundbogenfenstern, welcher ideal als Konferenzraum genutzt werden kann. Dieser Raum verfügt über einen direkten Ausgang zur sich anschließenden Terrasse. Vom großzügig geschnittenen Flur aus verteilen sich zwei weitere Räume sowie zwei Gästetoiletten. Die klassisch verzierte Treppe führt in die oberen Stockwerke. Im ersten Obergeschoss gelangen sie vom Flur aus in vier Gäste. In vier geräumige Zimmer, welche mit Nussbaumfußbodenbelag ausgestattet sind. Alle Räume weisen neben einer Vielzahl von Stromanschlüssen weitere technischen Anschlüsse wie Netzwerk, Telefon- und TV-Anschluss auf. Ebenfalls im ersten Obergeschoss befindet sich neben zwei weiteren Toiletten eine helle und freundliche Küche. Ausgestattet mit elektrischem Backofen, Cerankochfeld mit Dunstabzugshaube, Einbaukühlschrank und Geschirrspüler lassen sich hier alle kulinarischen Leckereien anrichten. Alle Schranktüren und Schubladen sind mit einer hochwertigen Soft-Close-Funktion ausgestattet. Das 1252 Quadratmeter große Grundstück ist mit einem großen Teich und einer gemütlichen Sitzecke gestaltet, welche zum Verweilen einlädt. Eine moderne Stadtvilla mit viel Platz für Ihre Ideen wartet auf Sie. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns gerne für einen persönlichen Beratungstermin.